Ruf an, ruf an. Komm, komm, komm. Hallo, Jessica? Ja, hier ist Ivan. Endlich telefonieren wir nach drei Jahren schreiben, bin fast verrückt geworden, du. Eine Frage, warum hast du kein Profilbild mit Gesicht auf Facebook, nur Körper? Bist kein Fake, hoffe. Ich will nicht so einen Schwanznase treffen oder so. Okay, okay, glaube dir. Brauch endlich eine Frau, weißt du, hab drank. Lass heute treffen gleich. In 20 Minuten? Ja, ja, geht, geht, ja. Halt dich ab, aha. Hele, kurze auto. Okay, verstanden. Okay, bis gleich. Ja, blä, endlich kriegt Ivan eine Frau. Endlich spiele Willi machen. In Zogi Spand. Oh, da ist sie. Ja, blä, endlich kriegt Ivan eine Frau. Scheiße, Facebook. Egal, kukain, nicht umsonst, drei Jahre investiert. Idiot. Hier weists. Egal, kukain. Hier, kukain. Ihr habt ein... Sind Philip.